Hallo liebe Fußballfreunde, willkommen auf Werners Fußballecke. Heute müsst ihr erraten, welchen Marktwert der Bundesliga-Verein hat, also das Team. Ich zeige euch jeweils eine Bundesliga-Mannschaft und drei verschiedene Marktwerte und ihr müsst den richtigen Marktwert erraten. Dann viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 Liebe Freunde, das war's für heute. Hat euch das Fußball-Quiz Spaß gemacht? Wie viel habt ihr richtig? Schreibt's in die Kommentare. Hier seht ihr gerade noch zwei Playlisten-Vorschläge von meinem Videokanal und ein Fußball-Video. Könnt ihr euch mal gerne anschauen. Und nicht vergessen, meinen Fußball-Kanal zu abonnieren. Danke euch, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.